Hallo und herzlich willkommen bei Energiewirtschaft einfach gemacht. Mein Name ist Carsten Eckert und in diesen Videos machen wir uns die Energiewirtschaft ganz schön einfach. Heute stellt sich die Frage, was ist eigentlich ein Stadtwerk? Ein Stadtwerk ist jetzt erstmal ein kommunales Unternehmen, das die Aufgaben der Daseinsversorge im öffentlichen Auftrag übernimmt. Das ist also praktisch vom Stadtrat, Gemeinderat beauftragt, sich um die Grundversorgung und um die Zurverfügungstellung von ganz allgemeinen Services zu kümmern. Ein Stadtwerk ist am Ende des Tages ein Unternehmen, aber es unterscheidet sich halt nochmal, was für eine Art. Es gibt zum Beispiel Stadtwerke, die sind eine GmbH oder eine AG, also schlussendlich eine zivilrechtliche Kapitalgesellschaft. Es gibt aber auch Stadtwerke, die sind ein kommunaler Eigenbetrieb oder Regiebetrieb und damit eine Institution des öffentlich-rechtlichen Rechts. Und damit schlussendlich auf Grundlage der Gemeindeordnung und des Kommunalrechts organisiert. Rein praktisch als Kunde oder auch als Mitarbeiter macht das eigentlich keinen Unterschied. Da geht es eigentlich nur darum, welche Möglichkeiten es gibt, ob da zum Beispiel auch noch private Investoren mit einsteigen und praktisch gesellschaftlicher des Stadtwerks auch werden können. Wie sind Stadtwerke eigentlich entstanden? Wir haben so Ende des 19. Jahrhunderts, so gegen 1880 herum, die ersten richtigen Kraftwerke, Elektrizitätskraftwerke und Gaskraftwerke, die in Deutschland entstanden sind. Und die wurden klassischerweise privat betrieben. Also es waren Unternehmen, ganz normale Unternehmen, die diese Kraftwerke betrieben haben, die Stromleitungen gebaut haben und den Kunden versorgt haben. Nun gab es dann irgendwann, auch so Ende des 19. Jahrhunderts, Anfang des 20. Jahrhunderts, eine Bewegung des Gemeindesozialismus, der praktisch beschrieben hat, naja, wir sollten die Dinge, die ein allgemeines Interesse darstellen, auch kommunalisieren. Die sollten nicht in privater Hand sein, die sollten praktisch in staatlicher oder in kommunaler Hand sein. Und dementsprechend wurde ganz oft ein großer Anteil, wenn nicht sogar alle Anteile an diesen Unternehmen, an die Stadt, an die Gemeinde veräußert. Praktisch eine Kommunalisierung der Kraftwerksbetriebe, der Stromleitung und eben der Stromversorgung. Dadurch hatten wir dann jede Menge richtige Stadtwerke, denn schlussendlich war die Kommune der Eigentümer oder zumindest der Haupteigentümer der Kraftwerke und eben der gesamten Betreibergesellschaft. Und damit hatten wir auch richtige Stadtwerke. Dadurch entstand dieser Begriff Stadtwerk erst so richtig. Dann hatten wir aber leider Gottes Ende des 20. Jahrhunderts, so in den 1980er und 1990er Jahren, einen ganz schönen Schub des Neoliberalismus. Und dadurch sind viele Stadtwerke auch wieder zu einem Teil privatisiert worden. Das heißt, man hat ganz oft Anteile am Stadtwerk, wie viel Prozent auch immer, ausgeschrieben und an den Investor abgegeben. Ganz oft hat man das getan, um den Haushalt der Kommune, also das Geld der Stadt, mal wieder ein bisschen aufzupeppen und praktisch den Haushalt zu sanieren. Da hat man sich gedacht, naja, das Wertvollste im Eigentum der Stadt ist oft das Stadtwerk, weil da geht noch richtig Geld rum. Und dementsprechend geben wir einen Teil davon an den Markt, nehmen das Geld erstmal mit, was wir dadurch bekommen, durch den Verkauf der Anteile. Und können dadurch unseren Haushalt erstmal wieder besser aufstellen. Dass das gleichzeitig in den Jahren danach bedeutet, dass man ja jetzt weniger Geld annimmt, weil man ja Anteile abgibt an den privaten Investor, das ist immer noch die zweite Frage. Und das ist das Typische bei Politik. Man kümmert sich im Regelfall nur um das, was sofort passiert und das, was in den nächsten Jahren passiert, ist ja ganz oft gar nicht mehr das eigene Problem, sondern das vom Nachfolger. Die Aufgaben der Daseinsversorgung und Grundversorgung sind extrem relevant. Worum geht es da eigentlich? Also welche Aufgaben übernimmt ein Stadtwerk überhaupt? Klassischerweise geht es um die Energieversorgung, da also auch die Stromversorgung und die Gasversorgung. Ganz oft auch der Betrieb von den Kraftwerken oder von den erneuerbaren Energienanlagen, die das Ganze erzeugen. Ganz oft aber auch einfach nur der Einkauf, praktisch an der Strombörse über den Stromhandel, wenn man keine eigenen Kraftwerke betreibt. Weitere Aufgabe, die Wärmeversorgung, dementsprechend der Betrieb von Fernwärmenetzen, wenn es die entsprechend gibt. Natürlich auch die Wasserversorgung und die Abwasserentsorgung. Genauso gut auch ganz oft die Müllentsorgung oder auch die Straßenreinigung. Eine typische Aufgabe ist der Nahverkehr, der öffentliche Personennahverkehr, der auch in der Stadtwerke Holding ganz oft mit organisiert wird. Das heißt, die Straßenbahnen, die Busse, manchmal auch die U-Bahnen werden von den Stadtwerken betreut. Die S-Bahnen eher weniger, die sind normalerweise bei der Deutschen Bahn direkt. Oft gehört auch das Parkraummanagement mit dazu, also auch das Betreiben von Parkplätzen und Parkhäusern. Manche Stadtwerke sind in der Telekommunikation entsprechend stark aufgebaut. Die machen auch die Breitbandversorgung oder die Kabelversorgung vor Ort. Und ganz oft ist auch noch das Bäderwesen, also sind zum Beispiel die Freibäder in der Verwaltung durch die Stadtwerke. Ganz allgemein geht es darum, die öffentliche Infrastruktur aufrechtzuerhalten und sich darum zu kümmern, dass es ordentlich läuft. Bei der Energieversorgung hat man in der Vergangenheit immer ganz gut Geld verdient. Dadurch konnte man die anderen Aufgaben, die eigentlich nur Geld kosten, ja praktisch quersubventionieren. Das ist in den letzten Jahren schwieriger geworden, weil die Energieversorgung als solche weniger Marge bringt. Weil man durch verschiedene Entwicklungen an den Strommärkten zum Beispiel einfach weniger Geld dabei rumprieren kann. Der Einkauf von Energie kostet mehr, der Verkauf von Energie bringt weniger rein. Und dementsprechend ist es schwieriger, die anderen Aufgaben mit zu finanzieren. Deswegen haben wir verschiedene Kommunalhaushalte, da ein paar Probleme. Aber es ist eben keine Lösung, die Anteile jetzt an irgendwelche Investoren oder private Unternehmen abzuverkaufen. Sondern es geht natürlich darum, sich jetzt neu zu erfinden. Und das Stadtwerk ist prädestiniert, die Aufgaben einer Smart City zu übernehmen. Aber das wird der Inhalt von einem anderen Video sein. Und dementsprechend schaltet wieder ein. Wenn ihr Fragen habt, schreibt ihr einfach hier in die Kommentare. Liked das Video und abonniert den Kanal, damit ihr auch die nächsten Videos wieder sehen könnt. Und wenn ihr euch allgemein mal damit beschäftigen wollt, wie die Energiewirtschaft so aufgestellt ist, auf meiner Webseite gibt es ein neues E-Book, eine Reise durch den Alltag eines Stromversorgers. Und ansonsten, bis zum nächsten Mal hier bei Energiewirtschaft einfach gemacht. Mein Name ist Carsten Eckert.